5000 Euro gehen von Eichstätt nach Burundi. Die Spendensumme haben die Domkapitulare Alfred Rottler und Prelat Christoph Kühn nun an Erzbischof Simon Tamwana übergeben. Das Geld ist für die Arbeit mit Flüchtlingsfamilien in der Diözese Gitega in Burundi bestimmt, der an Tamwana vorsteht. Der ostafrikanische Staat gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Gesammelt wurden die Spenden bei der bayernweiten Patrona Bavaria Wallfahrt. Zu der waren im vergangenen Mai rund 4500 Pilger nach Eichstätt gekommen. Mit der Diözese Gitega ist das Bistum Eichstätt seit mehr als 40 Jahren durch eine Partnerschaft verbunden.